Moin moin Freunde und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Rage Mode Ja, ich dachte ich spiele mal wieder eine Runde Rage Mode, vor allem kann ich das schön alleine aufnehmen Und wir spielen diesmal auf der Map Cargo, die hatte ich glaube ich so auch noch nicht gespielt Vielleicht im Stream mal, aber ich glaube in der Aufnahme noch nicht Gut, den kriegen wir nicht Und ich hoffe jetzt mal, was so ein bisschen geht, weil Rage Mode generell ist ja eigentlich immer sehr gut bei mir Ohne das jetzt ein bisschen angeberisch klingen zu lassen Aber Rage Mode, zumindest die Statistik sagt mir zu So, wir können mal gucken, hier oben ist die Position auch gar nicht schlecht eigentlich Oh, jetzt werde ich von irgendwo beschossen, mal gucken Gehen wir hier links mal runter Den haben wir Den da vorne haben wir noch nicht Aber jetzt, der holt uns leider auch weg Macht gar nichts, wir sind nämlich noch erster So, und wir sind genau da wieder gespawnt, wo ich quasi eben gestorben bin Zack, der ist irgendwie AFK Und kleine Nachricht, äh Quatsch Kleine, kleine Vorabinfo, beziehungsweise kleine Info bezüglich des Streams am Freitag Na Na, komm schon Äh, ja, ich werde einen Vanillaserver machen Und ja, ich habe ihn auch schon eingerichtet Ähm, es funktioniert ganz gut Was ich jetzt zu dem enzigen Zeitpunkt noch nicht weiß ist Ähm, mache ich es offen für alle Oder werde ich es whitelisten und dann immer mal wieder so ein paar kleine, ja, Tickets Nicht, aber immer mal so ein paar kleine Invites raushauen Weil das Ding wird sein Ich werde irgendwie ein bisschen den, 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 den Daumen draufdrücken müssen Äh, oder den Finger draufhalten müssen Dass da niemand draufkommt, äh, der da nur Unfug treiben will Und ich habe auch schon Den einen oder anderen, äh, gefragt Ob er nicht vielleicht mal ein bisschen Mod machen wollen würde Und da ein bisschen Darauf gucken würde, dass das alles hinkaut Aber, ähm Ja, schauen wir mal Also es wird auf jeden Fall ein Vanillaserver gehen Das Ganze wird sich so ein bisschen, wird so ein bisschen Wie Minecraft Leben sich so entwickeln Hab ich das Gefühl Ich werde das so machen, dass wir, ähm, nachscheiße Dass wir alle zusammen an einer gemeinsamen Stadt bauen Ähm, ich habe da schon was vorbereitet Auch eine, ja, eine richtige Farmwelt habe ich nicht Weil ich das Ganze ohne Plugins habe Aber, ähm, ich werde mich da Ich habe mich drum bemüht, dass das alles, äh, das an alles gedacht wurde Und, ja, schauen wir mal, ob das gut wird So, wieder zurück zum Spiel Ich bin, äh, immer noch erster, 9 zu 5 Läuft eigentlich ganz gut Ähm, da hätte ich das irgendwie cleverer lösen können So, dann bin ich jetzt mal hier und Versuche mal hier, da hinten Na Na, komm schon Den da hinten holen wir uns mal Nichts Okay, den holen wir uns halt nicht So, aber Ach, komm Den haben wir auch irgendwie verkackt Okay, jetzt langsam muss ich wieder ein bisschen, ein bisschen, äh, rausklotzen hier Ach, Mann Hat er mich mit der scheiß Axt erwischt Okay Jetzt bin ich nur noch Dritter Okay, das heißt, ich muss jetzt mal ein bisschen Zulegen Gut, ich werde mich jetzt nicht mehr vercampen Ich werde jetzt ein bisschen offensiv drauf gehen Okay, da habe ich noch einen mitgenommen Ich weiß nicht wen, ob ich den vorderen oder den hinteren genommen habe Aber das schauen wir mal So Jetzt kriegt hier mal irgendjemand ganz schön hart auf die Fresse Schauen wir mal Hoffentlich Na, na, na Ach Gott, war der schlecht War der Move schlecht? Den habe ich immer hingeholt Der da oben ist weg Da haben wir noch einen Den kriege ich leider nicht Okay Ach, verdammt, von hinten Ah, das ist schon wieder ärgerlich hier Ich will die Runde gewinnen Ich bin Zweiter aktuell Ah, okay, den haben wir noch mitgenommen 50 Punkte trotzdem verloren Wie knapp ist es denn? Okay, es sind 10 Punkte 10 Punkte ist ja mal gar nichts Äh, okay Na, ich bin ein bisschen weiter hinten Okay, jetzt muss ich wirklich eine Eine schöne Filzflüge am besten, ähm, hier raushauen Äh, gucken wir doch mal Wo sind die Leute denn? Ist das da vorne einer? Nee, ist das niemand? Den da müssen wir Oh Hä? Der hat mich doch niemals getroffen Ich habe den Fall gar nicht kommen sehen Äh, so, schauen wir mal So Den haben wir geholt Es scheint ein bisschen zu lecken Habe ich das Gefühl Aber egal, so Und dann nehmen wir den nächsten hier Opfer anvisieren Zack Den haben wir auch Den Komm 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 Den haben wir jetzt aber Dreier Killstreak Oh, verdammt Seine Brunnen wir von irgendeiner Explosion geholt Macht gar nichts Wir sind wieder Zweiter Okay Und ich würde diese Runde doch gerne gewinnen Muss ich, ganz ehrlich sagen Also so ehrgeizig bin ich dann zumindest Was Rage Rund angeht, dann doch Na So Den haben wir Den kriege ich nicht Na Ach, verdammt Okay, da habe ich mich ein bisschen schlecht positioniert Den haben wir aber Jetzt bin ich erster Zehn Punkte Vorsprung Zehn Punkte Vorsprung Ist nichts Das Polster würde ich dann doch gerne Noch etwas ausbauen Na Komm, den haben wir auch noch Okay Das reicht erstmal Oh, oh Wow Oh, Corona und Rage Mode gewonnen Ja GG Sehr schön Leute So spielt man Rage Mode Und ähm Ja, ich hoffe es hat euch gefallen Ich lasse bei dieser Ich lasse es Ja, ich lasse es bleiben Ich bleibe Ich belasse es Bei dieser kleinen Runde Und ähm Ja, ich hoffe es hat euch gefallen Ansonsten sage ich Macht's gut meine Freunde Haut rein Und bis zum nächsten Mal Ciao Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Untertitelung des ZDF für funk, 2017